Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Foundation in unserem wunderschönen Dorf Utopia, die sich langsam aber sicher doch in Richtung Stadt entwickelt. Und ja, wie immer gilt natürlich, willst du nichts verpassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält. Ist ja logisch. So Leute, beim letzten Mal ging es ja hauptsächlich darum zu optimieren. Wir haben jetzt hier so ziemlich jeden Industrieberuf hier in die Ecke gepackt, zu den Köhlern. Zu den Köhlern, unter anderem Zimmermann etc. pp. Das sollte eigentlich hier laufen, außer, warte, hier fehlt es noch an Holz. So, Holz muss da auch eingelagert werden. Der Förster macht ja eine gute Arbeit, das ist in Ordnung. Ähm, jetzt schauen wir mal. Also, wie gesagt, ich habe ein bisschen umgebaut. Den können wir jetzt hier hinnehmen und da packen wir jetzt unsere Bauarbeiter rein. Baumeister, Baumeister. Jetzt haben wir aber keinen anderen mehr, oder was? Wäre natürlich doof. Können wir noch einen reinpacken? Ja. Okay, alles klar. Die passen. So, das heißt, dann kann ich das jetzt hier nämlich abreißen. Sobald der da weg ist. Ich beschleunige das Ganze mal. Nur drei neue Bewohner, das ist perfekt. Ich will das ein bisschen logistisch hier umgestalten. Das ist mir ein bisschen zu wild. Ist dann hier noch der Bäcker. Aber der macht seine Arbeit hier. Steine sind tatsächlich Steine. So, was mit dir hier? Der ist immer noch nicht weg. So, wie sieht es hier oben aus? Wird das hier mal bald fertig, oder was? Das ist ja... Endlich. So, das kann auch weg. Eck. Alles klar. So, das haben wir auch. Also, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Und was haben wir denn hier für Probleme? Wir haben... Stoff. Wolle haben wir da. Stoff kommt noch zu wenig. Kleidung. Also, ich bin der Meinung, wir brauchen hier noch eine zweite Weberei. Mindestens. Ähm... Warenproduktion. Weil ich ja auch nicht genau weiß, äh... Inwiefern... Äh... Das aufgeteilt ist. 1 zu 1, 1 zu 2. Ich weiß es nicht. Dann packen wir hier noch einen zweiten, äh... Dings hin. So. Das passt auch. Sehr gut. So, und sobald der hier fertig ist mit Abholzen... Nehmen wir das Lager hier auch weg. Beziehungsweise, wir können ja schon mal sagen, er soll nicht weiter einlagern. Ähm... Ah, das ist langsamer hier rausholen. So, mach das mal leer. Weil so langsam können wir das hier dann auch weiter nutzen. Noch eine dritte Farm hinbauen. Und noch eine zweite Mühle. Hier muss noch ein Bäcker und ein Mühler hin. Das geht sonst nichts. Nahrungsproduktion. Noch mehr... Noch so ein... Noch eine schöne Windmühle dann hier hin. Und einen Bäcker. Und... Und hast du die gesehen, ne? Da müssen wir noch da arbeiten. So, die Marktstände sind endlich fertig. Soweit? So gut. So, da sind wir noch nicht dabei. Fisch, Brot. So, okay. Damit haben wir das. Da können wir jetzt das Nahrungslager mal hinpacken. Das brauchen wir ja auch. Logistik. Den normalen Speicher, der macht auch nichts Böses. Der ist okay. Den können wir vielleicht hier mit hinpacken. Ah, dann bauen wir noch einen Speicher. Dann können wir von da aus das Zeug dahin transportieren. Nee, mehr Pack. Ja, verdammt. Wir haben keinen Freien dafür. Dann hätten wir noch einen dritten Weber jetzt anbringen können. So, wie sieht es hier aus? Ist hier Produktion? Ja, Zimmermann läuft. Hat bloß nicht viel auf Lager. Okay. Wir arbeiten dran, ne? Wir sind dran. So. Lass mal gucken. Was machen? Die ist am Erkunden. Das ist in Ordnung. Warum dauert das hier so lange? Warten auf den Baumeister. Okay. Wir haben doch hier genug Baumeister, oder nicht? Ja, klar. Wahrscheinlich zu viele Bauaufträge. Jetzt. Ich meine, es wuselt alles schön und gut. Okay. Den will ich noch haben. Den will ich noch haben. Und die Steine, die holen wir uns auch noch. Machst du ja mal einen kleinen Durchgang. Beziehungsweise. Machen wir es mal so. So, okay. Dass wir da die Steine noch holen. Ja, unser Steinklopper. Militärmission verfügbar. Lass mal schauen. Wie viele haben wir denn? Haben wir überhaupt welche? Haben wir überhaupt Soldaten? Ne, keine Soldaten. Nix. Einen haben wir. Aber das reicht nicht. Muss ich ablehnen. Im Moment. Das wird sonst nix. So, 500 Gold auf der Tasche. Ich hab so das Gefühl, wir müssen immer weiter rausfahren, um Fisch zu bekommen. Das wär ja auch bitter. Das wär ja bitter. Ich baue hier nochmal einen Fischer mit hin. Komm schon, ich baue noch mehr Leute. Ist hier endlich mal was passiert. Ach, schön. Guck mal mit dem kleinen Anbau hier. Ach, das ist so schön. Es ist einfach nur herrlich. So. Träger haben wir nicht. Also. Beeren. Mehl. Äh, Brot. Entschuldigung. Fisch. 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 Bier haben wir nicht. Stopp mal ganz kurz. Trauben haben wir nicht. Honig wär geil. So, wir haben was Neues gefunden. Neues Vorkommen. Von Gold. Golderz. Aha. Wir haben hier Gold und Quarz. Schon mal gut. Nächste. Ich brauche Eisen in der Nähe. Möglichst. Und Marmor auch noch. Guck mal. Hier oben bauen wir schon das nächste Häuschen hin. Ist ja der Hammer, ey. Das ist ja der Hammer. Komm, dann gehen wir den hier oben mal im Brunnen zumindest hin. Hier haben wir ja auch noch Plateaufläche. Da können wir ja auch noch schön dann bauen. Vielleicht können wir da ans Kloster oder so hinbauen. Mal sehen. So. Der macht hier eine Schneise. Das ist gut. So. Okay. Also. Ähm. So. Okay. Pass auf. Ähm. Träger. Einen zumindest mal reinsetzen. Und dann brauche ich hier einen Schäfer. Damit wir die volle Pulle haben. Weber habe ich jetzt leider nicht. Sonst würde ich noch mehr machen. Mehl, Beeren, Weizen, Brot. Ja. Aber das reicht halt bei weitem nicht. Leider. Reicht das nicht. Haben wir hier überhaupt noch einen Steinklopfer? Warte mal ganz kurz. Ich glaube, wir haben gar keinen Steinklopfer mehr hier, ne? Kann das sein? Ja, der ist laut. Naja gut. Wir brauchen aber die Dinger zum Abbauen. Es sei denn, wir packen die hier hinten mit hin. Ah, ist doof, dass der so eine Reichweite hat. Komm. Bauen wir dich da noch mit hin. Wir brauchen die Steine leider. Sonst wird das nix. Mäh. Mäh. Ich komme auch mit dem Fisch nicht hinterher. Der Fisch ist auch so, äh, es ist... Was fehlt denn? Attraktivität niedrig. Marktplatz gebaut. Sehr geil. Ah, schön. Guckt euch das mal an, wie toll das hier aussieht. Waren kommen. Perfekt. Beeren und Fisch. Brot noch nicht. Aber es kommt. Es wird langsamer. Schön. Drumherum dann die Waren. Und da sind wir ja auch noch nicht ganz fertig. Hier wird der Holzfäller jetzt noch gebaut. Äh, ne, Dorfkirche. Entschuldigung. Wir hatten doch hier noch ein Dings gebaut gehabt. War da nicht was? Ohne Haus. Okay, krass. Na, wie sieht's mit dir aus? Okay. Pass auf. Dich machen wir jetzt weg. Ähm. Ich will das hier lassen. Weil es optisch eigentlich nicht schlecht aussieht, wenn wir so ein bisschen Durchgang haben. Okay, also von mir aus kannst du da arbeiten, machen und tun. Vielleicht auch hier drüben noch holzen. Na, aber du gehst jetzt weg. Ähm. Die nehmen wir jetzt weg. Und du darfst jetzt woanders arbeiten. Wir brauchen einfach den Platz hier. Es hilft dir nix. Kommt noch eine Schneiderei hin. Dann haben wir zwei, zwei. Zwei neue Bewohner. Das ist super. Dann können wir hier noch einen Träger einsetzen. Einen zweiten auch noch. Machen wir den Träger hier voll. Kirche wäre schön, wenn dir was passieren würde. Aber ansonsten versuche ich halt überall möglichst die Leute voll zu bekommen. Ah, hier fehlen noch Zimmer, Männer. Fehlt noch einer. Man muss überall ein bisschen gucken. Also Bretter sieht gut aus. Wahnsinn. Wahnsinn. Was abgeht. So, hier hinten laufen sie auch durch die Gegend. Apropos, wir können ja neue Gegenden kaufen. Wo war denn das? Hier oben, ne? Ähm. Plötzlich. Territorium. Und das holen wir uns dann, damit wir endlich an Ressourcen rankommen. Wenigstens ein bisschen was schon mal. Quarz und so. Militärmissionen verfügbar. Nein. Will ich jetzt gerade nicht. Wir bauen noch eine Farm dazu. Ähm. Bauen wir hier oben noch mit ran. Noch eine Farm. Ich glaube, der kann jetzt, ja genau, der kann weg. So, das kommt weg. Dann bauen wir noch eine Mühle dazu. Irgendwann, das Ding wird ja auch gleich weggerissen, sobald es leer ist. Ey, das Ding quillt hier über, ne? Das ist Wahnsinn. Das Ding quillt über. Das ist der Hammer. Ah, die Kirche wird auch endlich gebaut hier. Ne, ein Wohnhaus. Hat sich noch ein Wohnhaus hingepflanzt? Ist ja auch hart. Wollt die längst die Kirche haben. So, Beförderung sind wieder verfügbar. Viel Kohle haben wir gerade nicht. Aber wir versuchen natürlich, Leute bei Laune zu halten. Aua. Ich weiß gar nicht, warum die manchmal so pissig sind. Komm, mach den hier fertig. Sechs Stück noch. So, ein Mönch nähert sich unseren Dorf. Das ist schön. Dorfkirche. Sehr gut. Wenigstens etwas. Dann sind sie gleich schon mal ein bisschen zufrieden, ne? Hier, es führt schon einen Weg durch. Geil. Ähm, ich bin doch der Meinung, wir hatten doch hier neuen Dings hingebaut. Ein Holzfällerlager. Das können wir dann hier wieder wegreißen. Für 20. Mäh. Ich finde das so cool. Aber halt laut, ne? Die sind halt wirklich laut. Man muss es ja so sagen. Okay. 50. Stoffwolle. So. Das wollte ich den jetzt machen. Ähm. Erstmal, der bittet um eine Audienz. Was möchtest du denn? 50 Bretter. Ach Gott hier. Na komm. Bretter haben wir noch. Jede Menge. Ähm. Wir werden den Klerus. Machen. Dann wollte ich doch noch was bauen. Hier. Irgendwas war doch hier noch. Ach ja, das Ding hier. Auch für Münzen. Okay, das lassen wir so laufen. Den schließen wir ab. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir denn hier schon sind bei unseren Ständen. Fehlen uns nur nicht die bürgerliche. Und hier fehlt uns königlicher Prunk. 15, okay. Da wäre eine Stein-Set. Nehme ich mit. Aber so richtig kommen wir noch nicht aus dem Knick. Es fehlt noch so ein bisschen. Der Rest muss hier raus. Ja, bist du jetzt fertig? Sehr gut. Okay, weg damit. So, stattdessen bauen wir hier bitte noch eine Mühle hin. Und einen Bäcker brauchen wir auch noch. Ein Dorfbäcker. Wäre vielleicht auch noch ganz cool, wenn wir den tatsächlich hier hätten. Damit das vielleicht ein bisschen schneller gehen würde. Hier hinten. Könnte man machen. Warum nicht? Komm, wir bauen noch einen Bäcker hier hinten hin. In die City. Das macht ja nichts. Und das läuft jetzt hier. Wie weit bist du denn? Okay, du hast bis da. Du hast auch bis da. Das ist in Ordnung. Ja, da fehlt noch ein Bergarbeiter. Hier läuft's. Ich hoffe, dass du endlich mal in diese blöde Kirche jetzt hier mal fertig bist. Macht mal die Kirche auf Prio. Stattdessen bauen die hier Häuser. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Die bauen hier Häuser. Guck dir das an, wie die hier Häuser bauen. Ah, ist kalt. Das ist der Hammer. Komm schon. Alter, das Lager quillt über hier. Das quillt über. Das ist 150. Okay, die kriegen wir noch relativ schnell zusammen. Okay, Mineralvorkommen. Dich brauchen wir dann auch noch. Ne? Warte mal. War doch richtig, ne? Genau. Das können wir noch nicht machen. Aber auch das kriegen wir noch hin. So. Mehlbeeren. Pole ist da. Holz ist da. Machen wir noch nicht. So. Ich werd wahrscheinlich doch noch mal ein neues Lager bauen müssen. Leute. Das wird. Kommen wir wohl nicht drum herum. Was ich eigentlich habe vermeiden wollen. Für diese Stoffgeschichte. Vielleicht hier noch mal richtig hinbauen. Ja, dass wir das von da aus dahin latschen und dann hier rüber bringen. So. Baut das. Ein Gemeiner verlässt uns. Ja, ist klar. Weil wir auch noch nicht fertig sind. Wir haben ja noch nicht die Kirche hier fertig. Die jetzt endlich mal fertig gemacht wird. Wahnsinn. Die jetzt brauchen echt. Die Mineralvorkommen sind so bescheiden verteilt. Durchschnitt. Nur Stein. Nein. Na super. Ach. Come on. Gleich wieder losschicken. Nächste Mission. Wahnsinn. So. Lagerplatz ist voll. Ja. Hier ist alles knüppelvoll, Leute. Weil wir es gerade nicht verarbeiten können, ist klar. Bretterstein, Holz, Werkzeuge sind hier nicht drin. Hier wird aber... Was wird denn hier gebaut? Ein Wohnhaus. Juhu. Es wird noch ein neuer Wohnhaus gebaut. Ist doch schön. Ein neues Wohnhaus. Perfekt. Hier oben. Okay. Auch ein Wohnhaus. Die brauchen sich hier Wohnhäuser drumherum. Ich werde bekloppt. Dann wirst du ja bekloppt im Kopf. Zwei neue Bewohner. Sehr gut. Das kommt genau richtig. Ich glaube, unser Baumeister sind gerade... Okay. Da können wir mal einen reinpacken. Restlos überfordert. Markthänder sind voll. Ein Gemeiner verlässt uns schon wieder. Das ist ja echt zum Mäuse-Maken. Ja. Ja. Wie gesagt, es läuft hier viele Baustellen. Momentan. Aber ansonsten... Lass mal kurz gucken. Kühlerei haben wir noch nicht. So, die Nahrungsmittelproduktion, das läuft. Die Nahrungsmittelproduktion, das läuft. Die Bäckerei ist okay. Den Milchhof. Den könnten wir allerdings schon mal machen. Ähm... Nun, wo packen wir den dann noch hin? Weil das Ding macht ja auch Krach. Das macht ja auch nicht gerade wenig Krach, das Teil. Das ist weit weg, ne? Alles weit weg vom Schuss, ey. Außerhalb des Territoriums. Okay. Ganz kurz. Vielleicht können wir ja zwei nebeneinander packen. So, das müssen wir da schon mal bauen. Dann brauchen wir natürlich ne Brücke. Hilft ja nix. Das ist Wahnsinn. Wir brauchen echt Brücken über Brücken, ey. Alles soll sich über Brücken drehen. Na, können wir... Tino, tucken. Na, mach mal. Milchhöfe bauen. Wichtig. Ich muss erst mal die Zeit laufen. Hier wird auch nix fertig gerade, ne? Was ist denn hier? Warten auf einen Baumeister. Ja, zu viele Baumeister. Wir haben zu wenig Baumeister. Entschuldigung. Zu wenig natürlich. Kirche beschäftigt uns hier. Hier kommt auch nix voran, ne? Wir haben hier auf Prio gesetzt, aber die Kirche kommt nicht so richtig voran. Das passt hier. Das ist okay. Außer Honig, den wir ja noch nicht produzieren. Milch, da wollen wir ja gerade machen. Dann können wir Käse machen. So, vielleicht machen wir hier hinten auch noch mal ein bisschen Produktion. Ähm, Administration, nein. Meisterwerk können wir nicht bauen momentan. Goldschmelz, Juvedierwerkstatt, Weberei. Außerhalb des Territoriums. Okay, da können wir nix bauen. Hier wollte ich ja eigentlich noch euer Dorf lang bauen, eigentlich. Aber ich glaube, wir werden hier wohl eher in Richtung Kühlerei gehen müssen. Hier oben zumindest. Können wir eigentlich noch machen. Hilft ja nix. Damit der Weg nicht so weit weg ist. Okay, dann machen wir hier zweimal die Kühlerei hin. Ah, dann brauchen wir hier natürlich auch wieder ein Lager. Dann brauchen wir hier aber auch einen Holzfäller. haben wir schon Holzfällerlager. Ähm, einen normalen Lagerplatz brauchen wir dann auch. So, das brauchen wir auch. Und wir brauchen, ähm, auch einen Brunnen brauchen wir. Den brauchen wir auch. Und eventuell ein Forsthaus. Wo ist mein Forsthaus? Kühlerei, Sägewerk, Steinbruch. Wo ist denn mein Forsthaus jetzt? Wäre ich bekloppt oder was? Weiberei, wo bist du denn? Logistik, Bauhütte, Speicher. Da ist das Forsthaus. Oh, hat gerade keine Prio. Mach das mal fertig. Fehlen die Ressourcen, ja ist klar. Wir brauchen, wie gesagt, da auch noch Zeugs. So. Wie sieht es hier aus? Das Ding wird auch nicht fertig hier, ne? Das ist der Hammer. Ich frage mich, wieso unsere Baumeister so dermaßen ausge... äh, äh, powered sind. Überlege ernsthaft, noch eine zweite Bauhütte zu bauen. Ah, hier drüben wird's ja jetzt... Ich meine, das macht ja keinen Lärm oder sowas. So, wir könnten hier sogar noch mit, mit Bildhauer Werkstatt, obwohl das brauchen wir eigentlich nicht. Nicht hier. So. Mehr Bau... Bauer. Mehr Bauer, Leute. Mehr Leute, die bauen. So. Jetzt hab ich's. So, wie sieht's denn aus? Fisch ist echt, echt Mangelware. Stoff, Wolle ist gut, Stoff ist auch okay, aber es kommt nix rein. Gewöhnliche Kleidung. Fehlt noch ein Weber. Und der Schneider. Das brauchen wir auch noch. So. Hier fehlt's natürlich auch daran noch. Ich bin ja jetzt mal gespannt, ob die jetzt hier hinten auch dann sehen. Ähm. Gottesdienst Dekoration. Aber die Schafstatue kann ja auch... Schadet mit Sicherheit auch nicht. Ja, hier oben sind die ziemlich einsam, ist klar. Da werde ich auch einsam. Fünf Fische, ey. Es ist echt... Brot 32. Ist auch nicht so der Burner. So. Wir könnten natürlich dann später hier hinten auch noch rüber gehen, dass die nochmal eine Dorfanbindung haben. Machen wir endlich die Kirche fertig. Kommt, Leute. Damit hier endlich was passiert. Aber finde ich krass, wie die das hier eingebaut haben, ne? Schau dir das mal an, ey. Das ist der Hammer. Hier ist auch noch nichts passiert. Warten auf einen Baumeister. Das ist der Hammer. Das ist echt übel, Gott. Plus einen Bewohner, ne? Immerhin. Es wird zwar alles hierher geschleppt, ne? Aber es passiert noch nix. Genauso wie hier. Bergarbeiter voll. Und hier fehlt es auch. Alles nur an den Baumeister. Das ist gerade echt heftig. Eine Freischaltung ist jetzt für euch gesperrt. Warum? Verlässt euch. Warum ist denn jetzt... Hä? Weil wir jetzt keine Bürger mehr haben, oder was? 20 bürgerliche. Ach. Das ist ja hart, ey. Will ich jetzt nicht machen in der Mission. Das hilft jetzt gerade nix. Wir kommen jetzt gerade so nicht klar. Hier, warum ist denn hier kein Markthändler? Was soll denn der Scheiß? Warum? Und hier, wo sind meine ganzen Bürger... Bauern... Bauern-Typis? Hier stehen alle rum, hier. Das ist ja kein Wunder, dass hier Leute fehlen. Wenn wir nix verkaufen. Was soll der Scheiß? Ich brauche Beeren. Hier muss verkauft werden. Wir brauchen Asche. Ich glaube, es hackt, ey. Kein Wunder, dass das nicht geht. Mein Gott. Leute, die Kirche endet nicht fertig. Immer noch nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Come on. Ein arbeitsloser Dorfbewohner. Der passt auch. Okay. Wir müssen dann wieder auf jeden Fall... Zwei, drei... Jetzt kann ich irgendwie wieder Leute einstellen. Das ist der Hammer, oder? Lagerausgebot. Gut. Sehr gut. Okay. Also. Jetzt lassen wir uns überlegen. Was wir hier so brauchen. Ich hätte gerne hier auf jeden Fall die Kleidung drinne. Gerne auch zweimal Kleidung. Ich hätte hier gerne... Marmor brauchen wir hier nicht. Kohle brauchen wir hier nicht. Stoff drinne. Und zusätzlich noch... Golderz haben wir nicht. Schmuck haben wir nicht. Ja, komm. Steine. Oh, nicht genug Leute. Verdammt. Ist jetzt die Kirche fertig? Immer noch nicht. So, okay. Komm. Dann sind wir nämlich ein bisschen... bisschen glücklicher hier. Jetzt baut endlich dieses scheiß Kreuz da. Kann doch nicht wahr sein. Damit die hier glücklicher werden. Yes. Endlich ist diese blöde Kirche fertig. So. Okay. Dann jetzt lassen wir mal den Rest vor sich hin bauen. Weizenfarm gebaut. Endlich. Wahnsinn. Nach drei Millionen Jahren habt ihr mal endlich mal geschafft, dir mal jemanden Weizenfarm zu bauen. So. Alles klar. Pass auf. Ich habe das Gefühl, es wird nur bis hier vorne eingezeichnet. Nimm dir, was du brauchst. Von mir ist auch hier hinten noch. Okay. Bei mir macht das ganz wild. So. Den haben wir auch. Was ist hier? Ein Schneider fehlt hier noch. Den habe ich nicht. Ich habe keine Leute gerade. Hier wird noch eine Windmühle gebaut. Das ist der Hammer. Ich hoffe jetzt, die Attraktivität steigt jetzt wieder hier ein bisschen. Ja. Jetzt kommen schon wieder neue Häuser. Neues Wohnhaus. Sehr schön. Plus zwei Bewohner. Perfekt. So. Dich können wir gut gebrauchen. Und dann ab. So. Dann bauen wir jetzt hier auch nochmal Weizen an. Mehr Weizen. Mehr Zeugs. Mehr Brot. Etc. Das muss hier gemacht werden. Was mit der Dings hier? Für 100. Haben wir gerade nicht. Markthändler. 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 Träger. Fisch. Brot. Bären. Mehr haben wir gerade nicht. No. Hier hinten. Beförderung verfügbar. Haben wir keine Kohle für. Militär Emission verfügbar. Keine Kohle. Tut mir leid. Geht nicht anders. Wir erwarten schlechtes Wetter. Na ganz toll. Jetzt haben wir gerade auch ein bisschen Bärenmangel. Das ist ja noch schlimmer. Ja. Hier fehlt ein Sammler. Ach. Hier fehlt einfach mal ein Sammler. Ist ja hart. Ah. Das ist ja echt schon wieder zu kotzen. Es ist schon wieder einer abgehauen ist. Ich wünsche mir. Es würde irgendwo angezeigt werden. wo Leute weg sind. Damit ich dementsprechend reagieren kann. So. So. Bäckerei. Der läuft. Wo ist mein Sammler eigentlich hin. Hier. Drei Sammler. Das läuft nicht so gut. Aber hier. Guck dir das mal an. Wie krass sie das hier bauen. Sehr beliebt ja der Marktplatz. Finde ich geil. Aber liebe Leute. Das soll es für heute auch erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall so lange fürs Zusehen. Hinterlasst wie gesagt gerne eine. Ähm. Ein Comment. Etc. PP. Und ich sag mal. Bis zum nächsten Mal. Oder? Warte mal ganz kurz noch. Rot. Machen wir. Aber gerade so. Liefergebot. Na. Fertig. Wie gesagt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Euer Ed. Ich bin. Amen. Amen. Amen.